Ebelsberg ist der Sitz der einzigen Faschingsgilde von Linz. Entsprechend weiß man in Ebelsberg auch den Fasching zu feiern. Wir haben den Kinderfasching der Kinderfreunde von Linz und Ebelsberg besucht und konnten uns von der närrischen Kompetenz ein Bild aus erster Hand machen. Wir stellen jetzt auch schon fest, dass die Kinder schon auf die Lieder und auf gewisse Spiele, was beim Kinderfasching angeboten werden, warten. Und wenn es abgeht, dann wird ein Eingefroder von den Kindern. Und das ist halt Abwechslung und das sind Spiele, was man zu Hause weiß, was man sich macht mit Eltern. Die Langeweile wurde an diesem letzten Sonntag im Februar draußen gelassen. Ausgebildete Kinderanimateure der Kinderfreunde kümmerten sich engagiert und mit vollem Einsatz um die Faschingskinder. Also Bewegungsspiele, Singspiele, dann machen sie mit den Kindern kreative Sachen, also müssen sie den Tieren nachmachen, was den Kindern Spaß macht. Von Kreml bis groß. Eröffnet wurde der Kinderfasching im Volkshaus Ebelsberg traditionsgemäß mit dem Einmarsch der Faschingsgilde Ebelsberg, dem Faschingsprinzenpaar und den Gardetänzerinnen. Es freut uns ganz besonders, dass wir an Kinderfasching in Ebelsberg wieder dabei sind. Und ich will euch nicht lange auf die Folter spannen. Ich bitte noch um den Einzug der Faschingsgilde. Zahlreiche Tänze, Gesänge, Faschings- und Bewegungsspiele machten diesen Nachmittag zu einem spannenden Abenteuer für die Kleinen und natürlich auch für die mitgekommenen Erwachsenen-Begleiter. Dann wollen wir die Eltern auflegen, dass wir uns zuschauen beim Ganzen, okay? Eins, zwei, drei! Auch wenn der Lärmpegel durch das Kindergeschrei teilweise die Musik übertönte, Spaß hatten an diesem Nachmittag alle. Mehr Informationen zu den Angeboten und Veranstaltungen der Kinderfreunde finden Sie im Internet unter www.kinderfreunde.at zwei, die Sabине sind aboneinander. Faschings- und Kinderfreunde